Tatsächlich macht die NZZ jetzt Werbung, ich also Facebook poste und auf Telegram, Achtung vor den Andersdenkenden, Journalismus, NZZ. Ich habe einen Tweet abgesetzt, zwar verdammte Heuchler, bist aber im Sinne, dass man das genau analysiert und heisst Achtung vor den Andersdenkenden, ich glaube, die haben einfach das Ausrufenzeichen vergessen, das ist eine Warnung. Wir müssen aufpassen von Leuten, die anders denken, wir wollen nur noch systemkonforme Leute, weil die Leute, die anders denken, die sind gefährlich. Das Ironische ist, wir sind gar nicht anders denkend, wir sind lediglich denkend. Das Ironische Vielen Dank.